Die Alpenschule, ihr lernt da jetzt ein bisschen das Leben auch kennen, wie das bei uns ist, also mit Wiesen, mit Wald, mit Berge. Ich bin die Angela, und wer sind Sie? Ich bin der Franz. Und? Läuft's? Wo findest du gefahren? Nach Mexiko. Nach Mexiko? Also ziemlich weit mit dem Traktor. Ja, ich weiß. Muss auch ein paar Mal tanken. Dürfen wir wiederkommen? Also wir freuen uns, wenn ihr wieder zu uns zurückkommt. Das ist unser Job, dass ihr wiederkommt. Untertitelung des ZDF, 2020